Gehen wir wieder in die Bonsai... Doch! Bonsai-Hein! Bonsai-Hein! Nein! Ich wollte mir nur ganz kurz schnell noch ein paar Feuerblumen kaufen. Stimmt. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Beim perfekten Level. Äh, Mist. Jetzt weißt du übrigens was du meinst. Es ist total irritierend für mich im Moment grad. Weil es wieder 30 FPS ist. Das ist blöd. Aber es ist wirklich so. Es stellt sich ganz anders. Also nicht schlecht. Aber ich muss die ersten 30 Sekunden, wo ich aus der Türe rausgekommen bin. Habe ich ein bisschen blöd. Ich freue mich die ganze Zeit aufs Gamepad schauen. Ja. Jetzt kaufen wir. Kaufen. So, dann... Mein Gott gibt's viel Alten. Ja. Kaufen. Ich kaufe doch. Warum hast du nicht... Ach, jetzt weiß ich wieder was das Problem mit dem Geld war. Ich habe jetzt gesehen wie viel es kostet. Ja. Scheißegal. Ja. Ja, ja. Wird schon funktionieren. Wenn das Geld wird für nichts anderes im Spiel benötigt. Als das. Bestimmt. Schon mal aufgefallen? Vielleicht noch maximal in der Galerie. Aber das ist ja eh dann... Das ist ja schon schön. Ich weiß nicht extra. Ich meine die Galerie ist ja maximal eh... Endgame. Ende des Spiels wichtig. Außer man kann nicht mehr weiterspielen am Schluss. Was böde wäre. Lesen. Ja. Titel. Schneide alle Ausschnitte aus. Bisher Ausschnitten 34%. Ach, wait. Was sind die achievements? Gott wieber, du hast 10.000 Mütze gesammelt. Ja komm, wir schauen welche wir haben schon. Du hast 200 Kampfkarten gesammelt. Das ist... Das ist... Ich habe hier in jedem alle farblos Flecken ein. 10% haben wir. Siehbe alle Meister Schnucks. 1,8. Also doch jetzt. Müssen wir jetzt schiefen zu machen? Für 200 exzellent Angriffe aus. Ja, wenn du weiterspielst, dann geht es noch lange. Hihi. Ich habe heute schon irgendwie drei gemacht. Ja, schon. Du hast so viel gefehlt. Ja, aber es hat immer wieder Exzellenz. Hä? Es schaut immer nur das schlechte an. Natürlich. Wie kann ich springen? Ah, du verfasst. Ja, du drückst an die ganze Zeit Y, X. Ja, aber ich springe mindestens richtig. Springen ist die Basis von Mario. Ich habe zuletzt Mario Odyssey gespielt, okay? Stimmt gar nicht. Eben. Das letzte Spiel war... Das ist wahrscheinlich so in der Erde. Na, war falsch, war falsch. So, wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Ah, okay. Siehst du? Es hatte doch alles einen besseren Sinn, dass wir gestorben sind. Dass du gestorben bist? Dass ich gestorben bin, ja. Prima. Zeige nur noch drei. Der letzte ist wahrscheinlich der Ende. Ja. Irgendwie so. Du... Weißt du was? Das ist wieder alles... Hey, warte. Warte, was, was. Der kann... Zieh es weg. Man sieht die Gegner wirklich nicht. Ja. Es war nur noch einer. Flieder. Nee. Du bist die Xperia. Warum haben wir so viele von denen? Nee, nee. Sind es doch nicht so in einem. Doch! Die Scheiße ist... Hast du noch nicht bewegt? Das ist eigentlich total egal, was wir eigentlich einsetzen. Wie war es mit dem Exzellent? Ich hab trotzdem schon mehr als... Ich hab schon... Fang nicht mit dem an. Ich geh das ganz verdammte Let's Play zurück. Ich mach eine Statistik, okay? Kannst sie gerne machen. Hat sich ja gelohnt. Pargo! War bei Pargo! War bei Pargo, war doch. Hat sich schon gelohnt. Nein, was ich gemeint habe ist, es ist alles wieder nicht mehr... Wir müssen alles wieder... Das wieder neu einfärben. Oder sind wir da alles vorbeigelaufen vor? Das ist ja. Nein, das siehst du, wir müssen auch nochmal einfärben. Weil, das ist die Strafe, dass man stirbt scheinbar. Ja, wenn du nicht gespeichert hast. Entschuldigung. Pro Pargo. Wahrscheinlich braucht man... Ja, wahrscheinlich braucht man das Zorn auch anders. Ach ja, ich weiß was sie meine. Ich würde mich drücken auch die ganze Zeit... Setzt. Rein. 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 Weißt du was? Wahrscheinlich grafen sie auf und killen dich gleich. Yay! At least we fucking tried it. Ab wie haben wir den ersten Angriff gehabt? Ne eben nicht. Du hast daneben geschlagen und dann haben sie einen Angriff gefunden. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied hier. Wenn du... So. Ich geh jetzt mal so in die andere Richtung. Mal schauen, was es hier gibt. Wahrscheinlich. Ne warmt oder so. Wahrscheinlich das. Das war nicht. Ja. Ach, wir kommen jetzt gleich hier hin. Man kann eben nicht auf unten schlagen. Das ist das komische. Hau doch mal. Ja, wenn du drückst. Das hätte ich es nicht gebraucht. Ja, du drückst auch immer den Zweisch. Wow. Die Framerate. Das ist B. Nicht X. B macht mit Farbe. Ah. Stimmt. Hab ich vorher schon gesagt. Hab ich nicht gehört. Schlecht. Da ist wahrscheinlich wieder ein Paraguma. Das ist wirklich nicht. Das ist gemein. Aber ich glaube, es ist Design. Hey, Insiderport. Nein. Wir haben jetzt ein Paraguma. Mach ein Speicher an. Speicher Box. Speicher Box. Wo ist die Speicher? Da ist die Speicher Box. Da ist die Speicher Box. Da bin ich ein bisschen da trotzdem mit dem bisschen zurückgegeben. Ne. Hau den. Hau den. Hau den Holz. Das passt schon zu. Hey. Schlag das Holz. Das schreibt ihn ab. Also ich probiere es hier nicht nochmal. Ne, aber. Paolo kommt jetzt verdammt nochmal. Danke. Das haben wir jetzt drei Mal nach unten geschlagen wurde vorgesagt. Das ist nicht geht. Ja, wenn du stehen bleibst, du musst nach unten hin. Du drücken. Du kannst ihn laufen. Aber du stehst. Es gibt keine Möglichkeit, wie du nach unten stehst, ohne dass du am laufen. Das siehst du. Du kannst. Du kannst. Aber im Stehen geht es nicht. Ja. Du musst ihn in eine Richtung drücken und schlagen gleichzeitig. Ich bin es verwirrt. Ich habe den Text ja nicht schon 20 Mal gelesen. Scheiße. Aber ganz ehrlich, das ist ein cooles Bild. Geh nicht. Geh nicht. Geh. Geh doch weiter. Ich habe es nur kurz angehalten. Äh. Aber jetzt gehen die. Ich würde sagen, gehen die direkt. Es geht mega lang. Echt? Was ist, wenn es nicht einmal geht? Lass uns jetzt ein. Es geht so lange, bis alle Gegner tot sind. Ja. Wissen. Wissen. Wenn ich jetzt nicht das hinten, das schimmern. Das schimmern. Ich wollte das Sparkle sagen. Das ist wirklich deutsch. Wenn ich jetzt nicht das Sparkle gesehen hätte, dann hätte ich es auch nicht genommen. Moment. Noch. Dann hätte ich es nicht gesehen. Ich würde noch da am Dings ziehen. Ja. Ja. Da waren wir schon. Ja. Ich gehe nur schnell speichern. Es gibt schneller Weg. Bist du sicher? Andersrum, Herr Schein. Dann gehe ich ja wieder zurück. Das ist ja wieder langsamer. Nein, dann geht es weiter. So viel hat mir dann nichts erreicht. Wir wissen ja jetzt, wie man weiterkommt. Ich möchte gerne über die drüben. Ne, mach das nicht. Sonst merkt die den Kampf an. Lass die einfach. Die werden so wieder dort sein. Da gab es so was. Wir haben ein kleines Problem. Den Text kannten wir noch nicht. Aber ich würde es noch lassen. Das heißt, wir müssen da oben durch. Geht euch durch. Ja, ich wollte nur mal kurz schauen, ob ich die nicht einfach einzeln darf. Ne, sie werden trotzdem dort sein. Ja, trotzdem, aber ich finde es witzig. Ich wollte mal schauen, ob ich die ganze Linie töten kann. Ne, es geht ewig weiter. Weißt du, um was mich das Spiel erinnert? Nintendo Labo. Haha, wahrscheinlich hatten sie dadurch die Idee. Oh nein. Oh nein. Eigentlich sollten wir den ersten Part rausbringen mit Nintendo Labo wieder. Ja, das sollten wir. Block, block. Block. Äh, jetzt mach gleich Fischer an. Du hast vor der Nacke blockt. So. Dann haben wir jetzt mal ganz... Ein paar Block. Das heißt, ein paar Block. Das war jetzt Leben. Ja, leben kein Block. Mach nur, mach nur eine Blume. Und dann eine Feuerblume. Ist alle recht. Stimmt. Weil ich ja zu viele gekauft habe. So. Jetzt kann ich mal beweisen, dass ich es nicht kann. Ich nenne mal keine nehmen. 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 Ich habe nicht gesehen, dass ich einen Schaden machen würde. Ganz ehrlich. Warum haben sie jetzt viel mehr Schaden gemacht? Das geht doch gar nicht. Was ist denn Moxipilz? Mehr Leben. Ja, ich habe nur noch den. Aber ich glaube, wir brauchst den. Ich scherbe nachher. Also wir wahrscheinlich nicht mal jetzt. Wir haben sie jetzt plötzlich... Aber wir haben sie jetzt plötzlich... 77 Schaden gemacht, aber was vor 40 gemacht hat. Was macht die Rübe? Ich würde die Rübe nicht nehmen. Und dann können sie ihn nicht mehr benutzen. Ich habe keine Ahnung, was wir gehen machen sollen. Für ich springt auch nicht, was? Hm? Ja, vielleicht. Mach noch den Froschanzug, den kannst du über ihre Attacken drüberspringen. Was? Wenn du den Froschanzug anziehst, kannst du über ihre Attacken drüberspringen. Den ist richtig. Und dann will ich selber springen, aber... Springen sie mich an oder... Was? Springen sie mich an oder drinnen sie mich rein? Was? Sie rollen in dich rein. Mach mal. Was siehst du? Wurfhammer? Keine Ahnung. Nein, mach nicht nur das. Das war leckerlich. Ja, mach. Verguckt mal an den. Und dann noch Eisbücher. Nein, ich mach Hammer. Und dann mehr Gerufen. Oder? Möglichst großen Hammer. Wir haben da keine Hammer mehr. Mist. Ja, ich würde sagen großen Hammer. Aber da haben wir ein Problem. Ja, das ist halt auf deinem Level. Ein Hammer? Ne, das ist sogar mein... Meinst du das... Das ist nicht mehr und nicht mal mehr auf deinem Niveau. Weil da keine Ahnung wie der Wurfhammer funktioniert. Ach schon, du bist. So scheinbar nicht. Sind das jetzt in 0? Da ist ein bisschen schwer. Ja, aber ich hab ein bisschen Schaden konnte ich... Es scheint es sind jetzt weniger. Aber es scheint es sind jetzt weniger. Ja, es sind wenig weniger. Ich hab eigentlich gefühst es jetzt weniger. Mach mal ne Eisbücher. So, ich lass' nen Anzug oder nen Eisbücher. Ich glaub' mir doch ein wenig falsch. Aber wir haben ja... Wir hätten ja etwas bekommen müssen. Ich kann jetzt ja nicht auch in die Kamp schmeißen. weil ich meine ich weiß man kann sie doch einfrieren oder jetzt geht es aber sie sind feuer und flamme da bachmann ein heys hat funktioniert es hat funktioniert immer jetzt haben wir alles wahrscheinlich da drin aber es war ein ganz kleiner du hast ein stück des farbschirms erbeutet gut gemacht das kommt immer noch von daher ich wollte die noch töten es gibt da ewig mehr was soll ich machen irgendwo schauen woher es kommt lass es mario da passen wir beide niemals durch aber es klappt doch da jetzt jetzt geht's schneiden schnappt die folge ist das jetzt nicht dahin nichts was wir da hinsetzen die rübe die rübe stimmt wir haben hier mit der rübe ich kann mir nur vorstellen dass hier die rübe hinkommt sonst haben wir ein problem nichts passiert weißt du was wollen wir nicht einfach und du wirst mir sind das level ausgehen also ich kann mir jetzt nur verständlich ist das ein level raus stimmt da genau nein weißt du was ich muss zum baum mir wünschen dass ich ganz klein bin nein es geht wahrscheinlich nicht weil das gab da ein ding das kann man da was einsetzen ich muss kurz rausgehen ja vielleicht ist er jetzt wieder hier vielleicht nicht redet auf mich redet mit ihm lecker von den rettos gestehrt leider nicht mit all meinen anführungen kontakt solltest du den draus solltest du da draußen einen anführer der rettos begehen das war jetzt viel zu schnell das war 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 viel zu schnell gerinnen das ist scheißegal und sie haben die gibt uns zehn verschiedene sticker und dann ist das ok dann kannst du das immer noch kein sticker aber jetzt kamen gesagt ja ich mach nur kurz so ein ding das eng als dreien besteht es schwebt an einem ort der von tanz und Gesang wiederholt also was du jetzt brauchst ist das ganz besondere und doch genau ein ding toll was können wir jetzt für dich heute quatschen ist ein ballon das sind drei und den ballon habe ich auch nicht benötigt das heißt ich muss jetzt trotzdem wieder nach oben Sachen verkaufen gehen das ist meine schuld von dem herm und schon haben wir wieder 700 nein ich habe keinen wunsch mehr der einzige wunsch ist dass wir weiterkommen im spiel hey jetzt kommt wieder die extrem lange animation auscochen auscochen das ist eine fancopie von daher ist es sicher auch mal gut ja stimmt es ist keine kopie he auch noch gesagt wo tanz und gesang wo es tanz und gesang vereint werden oder irgendetwas das ist party aber das ist wirklich das logisch ich habe extra ja war der ballon und würde nichts machen doch da will die ganze platte hochheben und dann kannst du unten durch das ist nein der letzte teil ist er hier wir sind ja gestorben ich habe gesagt ich will zum baum aber wir haben doch danach gespeichert ich habe mir vor in den normalen meier spiele wäre das so einfach hey hey wasser hey feuer endlich haben wir haben zwar eine stunde und zehn minuten haben wir gebraucht für einsterben typisch respekt hoch ist plötzlich ziemlich finster geworden blablabla blablabla also du hast mich gerade erschreckt du kannst mich mal so zurück geht's gut hier kannst du die schulgärten fabien führen furcht gut denn jetzt wird ganz viel wieder geklaut geschafft der kleine fabien ist endlich repariert er hat gar nicht eine stunde gebraucht sammeln hinein und dann weg hier keinen sprung als was er klauert nett von ihr dass du den barbstand für uns zusammengebaut hast ein hammermäßig ist dankeschön es ist so süß ich will jetzt sagen wurf haben aber das verkackst du wahrscheinlich immer auf den fünf an den spruch ach wo machst du machst du mir zwei wurf haben der zweifel ist das hätte ein großer wurfung gebraucht das ist in erster Linie es ist der Job dabei ja halbster was erfreut k noch nicht doch wo vorher funktioniert anhaft beim Exzellen dazu den Hintern getroffen Nein, der zweite Exlender hat nur dahinten getroffen, weil die Attacke auf den Hintern geht. Ah ja, stimmt. Da ist noch was. Ja, warum? Ich bin hier unten. Ich bin gut. Sieben Schaden? Ja, das hat mich gebrochen. Mach den. Mach voll, mach voll, mach voll. Feuerblume. Die Blume kostet 100 Münzen. Wenn du sie so kaufst, ja dann schon, auch wenn wir 23 Ware haben, dann müssen wir sie für wir sie kaufen. Monsieur. Aber dann machst du das Spiel auch mehr kaputt, dass du sowieso schon mal nimmst, vom Kompensystem her. Der Perfekt so. Wenn das Spiel nicht so gemacht ist. Das hätte viel schwerer sein sollen, hab ich's lief. Nein, das war extra so. Ich wollte kurz sagen, ich bringe dreimal eine Game, das passiert nichts. Endlich ist es ein Level geschafft. Und jetzt müssen wir holen. Ja, wir haben fast anderthalb Stunden dafür gebraucht. Ja, wir haben ja nicht gewusst, was wir machen müssen in dem Moment. Von dem her passt das ja. Jetzt wissen wir ja, was, wir sind so teileise, was zu machen ist. Jetzt schauen wir nämlich wahrscheinlich ein neues Level vor. Ja. Dann gehen wir zuerst mal zum neuen Level. Das ist Indigo Plateau. Folgt dich noch 20. Hey. 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 Hey.